Jo, hallo und willkommen wieder hier auf meinem Kanal Inkev zu einem erneuten Rage-Video, ja, zu unserer geliebten Aline Bachmann, Mensch. Also es ist wirklich mal wieder Zeit, dass Aline Bachmann hier thematisiert wird und Chasnero hat jetzt eine Payback-Reihe gestartet und zwar lädt er jetzt 1, 2, 3, 4, ich weiß nicht wie viele Videos er jetzt gegen Aline Bachmann hochlädt. Auf jeden Fall genügend und das erste Video ist jetzt schon draußen, hat schon 160.000 Aufrufe nach einem Tag, das ist der erste Kratz, beziehungsweise jetzt ist auch schon der zweite Tag. Und ja, das ist Payback 1, komm, wir gucken uns das jetzt einfach mal an und mal schauen, was es da so, ähm, ja, was es da so Neues gibt, let's go. Einige von euch wissen, dass ich meine eigene Payback-Reihe über Aline Bachmann angekündigt habe auf Instagram sowie in meinem Eisberg-Video. Leider ist jetzt etwas vorgefallen. Ich bin ganz ehrlich zu euch, ich pack's nicht mehr, ich schaff das einfach alles nicht mehr. Aline Bachmann hat wohl Wind davon bekommen und folglich provisorisch gehandelt. Sie hat mich erneut angezeigt. Leider muss es... Da mache ich eine bei Aline Bachmann, die haben über 120.000 Aufrufe oder so und wenn ich jetzt da Winchi angucke, der macht dann weniger Aufrufe, aber der wurde schon des Öfteren angezeigt. Das ist Kratz, wirklich, ohne Witz, ich habe es geschafft. Also wirklich, meine Eins in den Chat für den, nee, mein F in den Chat für die gefallenen Brüder, die hier eine Anzeige kassiert haben und ich bin einfach derjenige, der hier glücklich rausgeht. Nice. ... zugeben, dass mir das psychisch einfach viel zu viel wird und ich nicht mehr kann. Ich weiß nicht mehr weiter, ich habe keine Kraft, noch einen Rechtsstreit. Es tut mir leid, die Payback-Reihe ist abgesagt. Kidding. Aline Bachmann verarscht schon wieder krebskranke? Alter, mimi auch einfach mit am Start, nice. Ach nee, falscher Kanal. Sie hat aus ihren Fehlern gelernt und dieses Mal nicht meinen Klarnamen veröffentlicht. Ist zwar eine Verbesserung, nur dass ich dieses Mal nicht verstehe, warum sie es überhaupt versucht. Es gibt effektiv keinen Grund dafür. Ich weiß nicht, was... Ja, aber jeder weiß doch, dass Nero Benjamin heißt. Hier steht ja... Achso, ihr seht's gerade gar nicht, aber hier steht halt einfach Benjamin. Beschuldigte Person Benjamin. Ich meine, wer kennt nicht Benjamin Nero? Warum sie es überhaupt versucht. Es gibt effektiv keinen Grund dafür. Ich weiß nicht, was ich gemacht haben soll. Das kommt einfach komplett aus dem Nichts. Wahrscheinlich will sie wirklich provisorisch handeln, weil sie von meinen Paybacks mitbekommen hat. Aber, meine gute Dame, damit machst du es nicht gerade besser. Wo wir dieses Bild hier gerade sehen, fällt mir so eine Sache auf. Aline, ich lege dir wirklich nahe. Putz deine Zähne und pfleg deine Fingernägel. Das kannst du dir nicht ausdenken. Dieser und ein paar weitere Anzeigen thematisieren wir in einem eigenen Payback. Alter, hätte der mich jetzt nicht darauf aufmerksam gemacht, wäre das mir nicht aufgefallen. Aber der Fingernagel, der ist halt kurz vorm Abfallen. Ja, das ist auch schon so ein eigenes Leben, was sich da drin gebildet hat. Ich will lieber ganz schnell weg. Heute soll es darum gehen, dass Aline schon wieder eine krebskranke Frau terrorisiert. Es ist sogar noch schlimmer als bei den Malen davor. Ich bin auch nicht der Erste, der das Thema hier anspricht. Weitere Videos dazu sind unten verlinkt. Hält mich nicht davon ab, das nochmal aufzurollen. Meine Payback-Reihe soll ja immerhin vollständig sein. Und ist es sowieso nicht so lange her. Diese junge Frau hier ist Aicha. Sie ist 24 Jahre alt und leidet seit... Ah, das kenne ich schon. Da Vinci hat das schon mal thematisiert. Deswegen ist mir das Ganze hier schon im Begriff. 2019 an einer extrem aggressiven Form von Blutkrebs. So aggressiv, dass sie eine Stammzellentransplantation von ihrem Bruder bekommen muss. Insgesamt zweimal musste sie das über sich ergehen lassen, um anschließend eine Graft-Versus-Host-Erkrankung zu bekommen. Schwere Grad 4. Das ist eine systemisch entzündliche Erkrankung. Bedeutet, dass Organe derartig geschädigt werden können, dass es durchaus tödlich sein kann. Kurz gesagt, sie geht durch die absolute Hölle und hat Schmerzen bis zum geht nicht mehr. Und es wird einfach nicht besser. 4,5 Milligramm Morphium, weil es unerträglich ist am Tag. Amt zahlt nicht. Laufende Kosten sind trotzdem vorhanden. Nichtsdestotrotz kämpft sie. Sie ist echt ein verdammt starkes Mädchen. Wir können sie dabei unterstützen. Unten ist ihre GoFundMe-Seite verlinkt. Ich würde mich freuen, wenn einige von euch Support da lassen. Wie auch beim letzten Mal dachte sich Aline, dass Krebskranke unterstützen super nett und freundlich ist. Ohne vorher mit Aisha darüber zu sprechen, hat sie eine Spendenaktion gestartet und Geld für sie gesammelt. Wohlgemerkt, ohne vorher mit ihr jemals drüber geredet zu haben. Folgendes schreibt Praline. Ich beob... Mir ist gerade bloß aufgefallen bei der Spendenliste, dass ihr Gulasch gespendet habt. 50 Euro. Krass, Mann, krass. Das Ding ist halt einfach, diese 500... Ich kann mir vorstellen, so bei Aline, dass sie selber sich das Geld auszahlt. Obwohl es selbstverständlich... Sowas kann halt easy verfolgt werden, strafrechtlich. Und dann wäre Aline auf jeden Fall dran. Genauso wie mit allen anderen Sachen. Sei es mit Pferden, sei es... Ach, alles, was Aline macht, ist rechtswidrig. Die ist einfach Wahnsinn. Das ist für mich eine richtige Powerfrau. Aber im negativen Sinne. Alter, die powern völlig in die falsche Richtung. Ja, das ist Aline Bachmann. Feier ich. Ohne vorher mit ihr jemals drüber geredet zu haben. Folgendes schreibt Praline. Ich beobachte sie schon sehr lange auf Instagram und ich finde ihre Einstellung klasse. Und das finde ich auch. Sie kämpft, obwohl es für sie sehr hart ist. Sie ist noch so jung und an Krebs erkrankt. Sie baut andere Menschen auf, obwohl sie die meiste Energie und Kraft für sich selber braucht. Ja, und warum terrorisierst du sie dann? Kannst du mir das mal beantworten? Die meiste Zeit liegt sie im Krankenhaus. Ich möchte mit den Spenden ihr ermöglichen, kleine Träume von ihr zu erfüllen. Zum Beispiel hätte sie gerne eine Playstation 5. Bitte unterstützt diese junge, positive Dame. Hört sich doch eigentlich ganz gut an. Naja, nachdem fast 600 Euro zusammengekommen sind, machte Aline gar nichts. Aisha hat zwar versucht, Aline immer wieder zu kontaktieren. Wie wir Aline kennen. Ich sag doch, die Frau ist so unfassbar beschränkt, dass sie spenden für andere für sich selbst behält. Obwohl sie hier noch sagt, ey, sie ist eine Kämpferin. Ja, sie muss sich um sich selbst kümmern und was weiß ich. Und sie ist eine starke Frau, bla bla bla. Und dann behält sie aber das Geld für sich ein, obwohl es eigentlich für jemand anderes gedacht ist. Es ist so ekelhaft. Diese Frau ist so widerlich. Ich sag euch so, wie es ist. Ich denke, Aline geht früher oder später wird sie eingewiesen. Zu 100 Prozent. Bin ich mir ganz, ganz sicher. Weil ich denke wirklich, sie hat ein psychisches Problem. Weil sowas kannst du nicht äußern. Du kannst auch so viele falsche Dinge nicht machen. Also zu 100 Prozent bin ich mir ganz sicher. Hat sie die arme Frau aber komplett wegignoriert. Sie startet eine Spendenkampagne, um sie zu... Alle Kontaktversuche blieben erfolglos. Wenn sie doch selber sagt, dass sie Aisha schon lange auf Instagram beobachtet, kann sie doch keinem erzählen, sie aus den Augen verloren zu haben. Vor allem, wenn gerade eine Spendenkampagne für sie läuft. Bei der auch noch ordentlich Geld reinkommt. Bei einer Fragerunde wurde dann bei Aisha nachgehakt, wie es denn aussieht wegen Alines Spendenaktion. Darauf antwortete sie. Leider antwortet sie mir momentan nicht. Ich habe sie ein paar Mal angeschrieben. Aber falls ich es nicht bekommen sollte, sorge ich dafür, dass eure Spenden, die auf ihr Konto gingen, zurück an euch gehen. Keine Sorge. Diese Frau kämpft gerade um ihr Leben und geht durch die Hölle und muss sich dann noch daran kümmern, dass die Leute ihre Spenden zurückbekommen. Das... Mir fällt das an. Weil sie macht Aisha extra noch Probleme. Anstatt einfach zu helfen, sie unter die Arme zu greifen, sie zu unterstützen, macht sie ihr sogar noch Probleme. Also wie kann man so ein Mensch sein? Also das ist wirklich... Wie kann man so ein Mensch sein, in der Phase, wo jemand leidet ohne Ende und dem vielleicht sogar vor dem Tod steht, dann noch solche Probleme zu bereiten? Es ist wirklich... Weißt du schon... Die ganzen Aktionen sind so ekelhaft. Das ist ja nicht das erste Mal, dass sie einer krebskranken Person schaden will. Ja, beziehungsweise... Ich weiß nicht, ob Schaden... Doch ich gehe schon davon aus, dass sie das möchte. Ja, sie hat einfach... Ich weiß nicht, was sie für eine Störung hat, aber irgendwas muss sie haben, dass sie sowas macht. Dass sie so in dem Gedanken ist, ey, weißt du was, ich mache jetzt eine Spendenaktion, behalte die Spenden für mich, damit die andere Person sich nicht freuen kann und ja, dann am Arsch ist. Also das ist einfach ekelhaft. Ja. Deshalb hat sie halt auch ein eigenes Spendenkonto. Da kommt das Geld direkt zu ihr. Also fassen wir zusammen. Aisha hat ein Spendenkonto für die Deckung der Kosten, die durch ihre Krebserkrankung anfallen. Aline will sie überraschen, aber anstatt ihren Link zu teilen, was Überraschung genug wäre und sogar noch effektiver, lässt sie die Gelder erstmal auf ihr eigenes Kampagnenkonto laufen. Nachdem sie die Spenden bekommen hat, passiert mal wieder gar nichts. Aisha hat von den Spenden nichts gesehen. Trotz dieses schlimmen Moves von A.Line bleibt Aisha super liebe und freundlich, obwohl sie jeden Grund gehabt hätte, sauer zu sein. Sauer ist sogar noch untertrieb. Na, könnt ihr ja ahnen, was jetzt passiert ist? Aline hat es gar nicht gefallen, dass Aisha auspackt und ihren eigenen Link bewirbt. Denn nach dieser Story konnte sie sich auf einmal wieder melden. Da ging es plötzlich. Und wie hat sie sich gemeldet? Sich demütig entschuldigt und um Vergebung gebeten? Was war ihre Reaktion genau? Sie hat sie bedroht und angefangen Terror zu machen. Laut Quelle sagte Aline folgendes. Wenn sie weiter Spenden für sich sammeln würde, wird sie Aisha beim Finanzamt melden, um zu kontrollieren, dass auch ja alles richtig versteuert wird. Und Aline macht, was sie immer macht. Also, das Ding ist, theoretisch muss das ja Aline angeben, wenn sie eine Spendenaktion macht. Das ist ja das Ding. Du musst ja, wenn du Spenden sammelst für etwas, musst du das angeben, dass du das sozusagen auch versteuern kannst. Weil du kannst es nicht einfach ohne... Also, du musst es sozusagen auch nachweisen können und alles Mögliche. Und ich glaube, Aline, die checkt das nicht. Die macht das einfach so und denkt sich, ja, das ist ja in Ordnung so. Wenn da Spenden gesammelt werden, dann behalte ich es halt. Und ja, dieses Geld, das wird dann einfach so eingesackt, ohne auch noch zu versteuern, ohne das anzumelden oder ohne das irgendwo anzugeben. Ja, das ist der einzig richtige Weg, da ich jetzt hier mit dem Finanzamt sich dann darum zu kümmern. Das Problem ist aber, Aisha hat gerade eben nicht unbedingt die Zeit und auch die Kraft, mit dem Finanzamt jetzt extra noch zu kooperieren, damit Aline das Geld zurückgibt. Also, das ist halt... Das ist halt einfach nur traurig. Jetzt macht sich Aisha, die eigentlich in einer ganz, ganz schwierigen Situation ist, die muss sich jetzt den Kopf drum machen oder die macht sich jetzt den Kopf drum, obwohl sie gerade deutlich besser zu tun hat. Und das ist einfach nur widerlich. Ja, und das spiegelt den Charakter von Aline einfach perfekt wieder. Sie fragt die krebskranke Frau, die um ihr Leben kämpft, die völlig am Ende ist, ob sie ihre Adresse denn freiwillig rausrückt, damit sie die Unterlassungsklage raushauen kann. Wofür genau? Dass sie denn Ghosting exposed hat? Oder dass die Spenden nicht bei ihr eingetroffen sind? Das ist doch alles so passiert. Du kannst Leute nicht für die Wahrheit verklagen. Dazu kommt noch die Drohung, dass Frau Lina Aishas Instagram-Profil löschen lassen wird. Instagram ist ihre wichtigste Plattform, um an die Spenden zu kommen, weil sonst die Kosten nicht mehr gedeckt werden können. Musst du dieses arme Mädchen wirklich noch damit bedrohen, ihr die einzige Möglichkeit, an Geld zu kommen, wegzunehmen? Ist das sein Verf***er Ernst? Sie kämpft um ihr Überleben. Das ist selbst für sie ein neuer Meilenstein. Ich weiß nicht, ob es ihr bewusst ist, aber Psychoterror, Drohungen und enormer Stress sind beim Kampf gegen Krebs nicht gerade förderlich für die Genesung. Vor allem, wenn es sowieso gerade nicht gut aussieht. Und anstatt, dass Aisha dir ihre volle Verachtung entgegenbringt, schreibt sie noch Folgendes. Aber lass doch normal reden. Sag mir meinen Fehler. Ich entschuldige mich zur Not. Sie will sich noch entschuldigen, obwohl sie... Dieses Mädchen ist einfach so herzensgut. Es tut mir alles so unfassbar leid. Sie hat das alles nicht verdient. Sie hat diese Krankheit nicht verdient. Sie hat es nicht verdient, an dich zu geraten. Hinterher kam raus, dass es Probleme bei der Spendenseite gab und sie auf Eis gelegt wurde, vielleicht auch wegen zu viel Meldung. Aline hätte sich jetzt einfach entschuldigen können. Das hat sie auch angekündigt zu machen. Ist es denn passiert? Natürlich nicht. Und jetzt kommt der Kicker. Sie sammelt immer noch Spenden für sie. Und die Gelder sind nach meinem Wissensstand immer noch nicht zu Aisha oder zurück zu den Spendern gelangt. Hier seht ihr es eingeblendet. Sie möchte diese Spenden gar nicht mehr. Das hat sie so gesagt. Sie will einfach nur nicht, dass du die Gelder hast. Und die Geldgeber... Also verständlich, ja. Also ich wäre da auch abgefuckt, wenn Leute mir eigentlich spenden wollen, dass aber dann Aline einen behält. Obwohl es halt nicht ihr Geld ist. Es steht ihr nicht zu. Oder würde ich auch sagen, ja, dann behalte ich es lieber nicht, aber dann sollen die Spender, wenn ich das zurückbekomme, anstatt dass es Aline zurückbekommt. Oder generell bekommt. Das ist ekelhaft, ja. Da sollen es bitte zurückbekommen. Aisha hat... Dann, dann Aline, bewirb lieber deine Fake-Sachen, verkauf lieber deine Fake-Gucci-Prada, was weiß ich Sachen. So, zieh da die Leute über den Tisch, aber mach es doch nicht mit krebskranken Personen, die es so oder so schon extrem schwer haben. Also keine Ahnung, was denkt man sich dabei? Was fällt einer Person ein, wie eine Aline, sowas zu machen? Das ist so ekelhaft, wirklich. Das ist einfach nur Abschaum in meinen Augen. Aisha hat sogar versucht, sich selber darum zu kümmern, obwohl sie gerade ganz andere Probleme hat. Und sie glaubte noch an dich. Mehrfach wurde sie gewarnt und entgegnete, dass du möglicherweise einfach nur versuchst, alles wieder gut zu machen. Schäm dich einfach nur. Du bist sowas von... Ich zeige euch jetzt nochmal Aisha's Statement zu dem Vorfall, zur Verfügung gestellt von DaVinci. Ihr Instagram-Account und ihr Spendenkonto sind wie gesagt oben verlinkt. Lasst bitte ganz viel Liebe da. Hört euch bitte an, was sie zu sagen hat. Wir hören uns dann beim nächsten Video. Und tschüss. Hi. Durch den Stress habe ich heute kaum Kraft. Aber es ist mir so wichtig, dass jeder weiß, ich wollte diese Spende gar nicht. Das war eine Überraschung von ihr. Und die 600 Euro sind mir auch gar nicht wichtig. Ich will nur, dass jeder sein Geld zurückbekommt und dass die Spendenaktion von ihr aufgelöst wird. Ich selber habe eine Spendenaktion gestartet, weil mir tausend davon Leute geschrieben haben, dass Aline sowas schon mal gemacht hat. Ich habe immer wieder versucht, das Gute und Positive in Menschen zu finden und habe ihr vertraut. Und eigentlich wollte ich ihr auch nichts Böses. Nur als sie sich länger nicht gemeldet hat, habe ich halt versucht, sie zu kontaktieren. Und sie hat es gelesen und ignoriert. Und dann haben mir die Leute, die gespendet haben, leid getan. Und als mich dann Spender gefragt haben, was ist damit, habe ich gesagt, ich weiß es nicht. Aber Leute, spendet lieber auf mein privates Konto, weil ich bin mir nicht mehr sicher. Und dann ist sie ausgeflüpft. Ja, zumal, wenn du eine Reichweite hast, dann mach doch auf die originale Spendenseite darauf aufmerksam. Und starte nicht eine eigene Spendenaktion, wo du dann die Spenden bekommst, sozusagen. Und das dann jemand anderes übergibst. So, dann mach doch Werbung auf deinem Instagram-Account, wo du schon viel Reichweite hast, für diese Spendenseite. Es macht keinen Sinn, eine eigene Seite zu machen und dann eine Überraschung zu starten. So, die Überraschung wäre doch schon groß genug gewesen, einfach diese Seite zu teilen. Es ist halt Aline so. Keine Ahnung, da fällt mir halt nichts zu ein. Mir ist es sehr, sehr wichtig, dass die Leute, die von Herzen diese 600 gespendet haben, diese zurückbekommen. Ich habe selber ein Spendenkonto. Es, um die Zeit zu überbrücken, bis ich wieder gesund bin. Meine Katze ist übrigens auch hier, für die Leute, die sich jetzt hier wundern. Ja, fein. Was ist denn los? Willst du auch mal ins Mikrofon plubbern? Nee, die chillt immer hinter mir und legt sich dann dahin. Deswegen habe ich die gerade gestreichelt. Ne, Molly? Feine. Ja, komm, wir gucken uns das noch weiter an. Mir geht es nur um die Leute, die von Herzen, die vielleicht nur 5 Euro hatten, gespendet haben. Es gibt auch Leute, die mehr gespendet haben. Es gibt auch Freunde, die ich gesehen habe, die da reingespendet haben. Und ich will einfach nicht, dass das halt bei ihr bleibt. Sie reagiert extrem aggressiv, obwohl ich versuche, normal mit ihr zu reden. Ich will keinem was Böses. Ich will nur klare Antworten. Ja, das wird sie halt nicht bekommen, mit Aline. Als ich mit meinem Post, weil ich den Leuten ein Frage-Antworte-Quiz gemacht habe, hat sie sich angegriffen gefühlt, weil ich gesagt habe, ich höre momentan nichts von ihr. Ich kann es euch nicht sagen. Wenn ihr spendet wollt, spenden wollt, spendet bitte auf mein Spendenkonto, damit die Leute es sicherer haben. Weil ich nichts mehr wusste. Und das ging komplett nach hinten los. Jetzt hat sie mir gedroht und meint, mein Profil löschen zu lassen, obwohl ich hier genügend zu kämpfen habe. Ich habe ihr gar nichts getan, im Gegenteil. Jeder, der mir geschrieben hat und mich vor ihr gewarnt hat, da habe ich sogar geschrieben, hey, vielleicht versucht sie alles gut zu machen. Gebt ihr eine Chance. Gebt ihr eine Chance. Die Chance bekommst du von mir, Aline. Die. Also was soll ich dazu sagen? Es ist maximal ekelhaft und perfide und ich glaube, das überschreitet jetzt schon sämtliche Menschlichkeit oder soziales Empfinden, was Aline hier gerade eben einfach zu 0% zeigt. Also wie kann man eine Person, die am Boden ist, wie kann man da so nachtreten, so drauf treten und da nochmal drauf spucken und sowas. So wirkt das zumindest für mich. Und ich bin maximal schockiert, wirklich. Ich bin maximal schockiert. Ich kann es nicht glauben. Ja, lasst gerne euren Frust in die Kommentare und danke schön fürs Zusehen. Ich bin gespannt auf die nächsten Teile von Just Nero. Sehr gutes Video geworden, muss ich ehrlich sagen. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Jetzt ist es so schön. Ich denke ich an das Wänkchen. Euer Alpha Kevin und ciao, ciao.